Die Aufzeichnungen des Sprachrekorders des Line-Airfluges sollen nun helfen, das Unglück aufzuklären. So sollen die Piloten der Boeing 737 MAX 8, die im Oktober in der Nähe von Jakarta abstürzte, vor dem Aufprall verzweifelt versucht haben, im Handbuch nach Lösungen zu suchen. Außerdem sei neun Minuten lang der automatisierte Warnhinweis zu hören gewesen, dass die Maschine einen Strömungsabfluss erlitten und deshalb mangelnden Auftrieb habe. Als Konsequenz einer solchen Warnmeldung senkt die Bordautomatik die Nase des Fliegers ab und bringt die Maschine in den Sinkflug. Dass ein Fehler der Sensoren oder der Software vorliegen könnte, schien dem Piloten dabei nicht in den Sinn gekommen zu sein, berichten die Zeugen. Die tragischen Verluste des Fluges 302 und des Line-Airfluges 610 betreffen uns alle und wir gehen mit tiefer Betroffenheit in die Welt hinaus. Die Tiefe des Schmerzes, die die Angehörigen der Passagiere und der Besatzung an Bord empfanden, ist schwer zu ergründen. Aber Sicherheit steht im Mittelpunkt von Boeing. Nach Angaben der französischen Luftfahrtbehörde BEA zeigen die Daten des Flugschreibers im Fall der abgestürzten Boeing 737 in Äthiopien klare Parallelen zu den Auswertungen des Absturzes vor Sumatra. Seit dem Line-Air-Absturz arbeitet Boeing nach eigenen Angaben an einem Software-Update der betroffenen Flugzeuge. Untersuchungen sollen nun auch feststellen, ob die Piloten ausreichend geschult waren, um auf einen solchen Notfall zu reagieren.